So traust du dich, das erste Mal einen Jungen zu küssen. Mir hat mal ein Junge gesagt, dass wenn ein Mädchen bei einem Jungen den ersten Schritt macht, freuen die sich richtig doll darüber und man hat so 99% Erfolg. Es sei denn natürlich, er hat dir schon vorher gesagt, dass er nichts von dir will. Wovor hast du überhaupt Angst?